Beim letzten Mal habe ich euch über Bildschirmobjekte was erzählt und habe gesagt, welche grundsätzlichen Forderungen es eigentlich gibt bei der Gestaltung von Bildschirmobjekten. Häufig stand der Button so Pate, also wie kriegt man es hin, dass sich Objekte voneinander abheben, dass wir eine Plastizität erzeugen beispielsweise. Das habe ich euch in erster Linie am Button erläutert. Wir werden später in der Vorlesung auch noch andere Anwendungsfälle davon sehen, wo man dieses Abheben hinkriegen muss. Aber ihr könnt es euch auch so schon vorstellen, Elemente in Fenstern, Fenster voneinander zum Beispiel. Heute soll es um eine spezielle Art von Bildschirmobjekten gehen, nämlich um Text oder auch um die Buchstaben im Einzelnen, aber vor allen Dingen um die Gestaltung von Textensembles. Es geht um das Thema Typografie. Machen wir einen kleinen Rückblick auf die Definitionen, die ihr in der letzten Woche schon kennengelernt habt, nämlich die Forderungen an die Gestaltung von Bildschirmobjekten. Diese Forderungen, die werden uns jetzt weiterhin verfolgen. Die werden wir die ganze Zeit bei uns haben quasi. Und es waren diese fünf Stück, die beim letzten Mal schon eine Rolle spielten. Es kam sogar noch die Attentionalität dazu, die ich an dieser Stelle jetzt hier mal weggelassen habe. Obwohl wir sie auch später wieder brauchen werden, werden wir über die Auszeichnung von Text sprechen. Gucken wir uns aber mal diese Forderungen hier erstmal an. Was haben wir denn da? Erkennbarkeit. Bei Erkennbarkeit geht es darum, dass ich Objekte am Bildschirm überhaupt erkennen kann, dass ich ein Vorleger und vom Hintergrund unterscheiden kann. Einfachheit. Bei Einfachheit geht es darum, dass ich die Menge dessen, was am Bildschirm zu sehen ist, reduziere, also die Reizmengen reduziere, wenn man das so ausdrücken möchte, um einfach die Notwendigkeit der Verarbeitung, sei es sensorisch oder mental, einfach verringern kann. Die Unterscheidbarkeit, dass ich die Möglichkeit habe, zwei Objekte, die nicht identisch sind, voneinander auch unterscheiden zu können. Also zum Beispiel einen normalen Text von einem Button zu unterscheiden, einfach durch eine gewisse Art der Darstellung. Ablenkungsfreiheit, also es so zu gestalten, dass wir nicht in der Situation sind, dass irgendwelche Objekte am Bildschirm so auffällig gestaltet sind, dass sie die Aufmerksamkeit ganz extrem auf sich ziehen würden. Denn dann würden wir von dem, was wir eigentlich tun wollen, abgelenkt und würden diese Forderung natürlich entsprechend nicht mehr erfüllen. Und die Wiedererkennbarkeit, dass wir durch die Gestaltung, durch die Art und Weise der Gestaltung eines Objektes am Bildschirm einen Hinweis darauf kriegen, wofür dieses Objekt gestanden hat, beziehungsweise welche Funktion es auch hat. Das werden wir vor allen Dingen beim nächsten Mal bei der Eigengestaltung wieder intensiv bemerken. Hier bei der Textgestaltung spielt die Wiedererkennbarkeit eigentlich wenig eine Rolle, bis gar nicht. Fangen wir an mit der Typografie. Typografie hat ganz stark was zu tun mit Hypothesenbildung. Das nimmt man jetzt so allgemein nicht an, das würde man jetzt gar nicht so direkt zusammenbringen. Man kann sich das aber sehr gut verdeutlichen, wenn man sich so einen Text hier anschaut. Und schaut diesen Text mal an. Das ist natürlich von den Buchstaben her ganz durcheinander, das merkt ihr sofort. Trotzdem ist es euch ohne weiteres möglich, diesen Text zu lesen. Ich lese den Text mal vor und das fällt mir überhaupt nicht schwer. Hier steht, nach einer neuen Studie, die unter anderem von der Cambridge University durchgeführt worden sein soll, ist es egal, in welcher Reihenfolge Buchstaben in einem Wort stehen. Hauptsache, der erste und letzte Buchstabe sind an der richtigen Stelle. Die restlichen Buchstaben können total durcheinander sein und man kann es trotzdem ohne Probleme lesen, weil das menschliche Gehirn nicht jeden Buchstaben einzeln liest, sondern das Wort als Ganzes. Mit dem Phänomen beschäftigen sich mehrere Hochschulen, auch die amerikanische Universität in Pittsburgh. Erstmals über das Thema geschrieben, hat aber bereits 1976 und nun in der richtigen Buchstabenreihenfolge Graham Rawlinson in seiner Dissertation mit dem Titel The Significance of Letter Position in Word Recognition an der Englischen University of Nottingham. Warum kann man das ohne Probleme lesen? Das ist doch komisch. In manchen Worten geht es nicht. Also bei dem Namen zum Beispiel geht es nicht und auch bei der Jahreszahl 1976 geht es natürlich nicht. Denn dann käme tatsächlich ja ganz etwas anderes heraus, wenn man da die Zeichen vertauschen würde. Aber warum funktioniert das bei den meisten dieser Worte hier relativ gut? Es liegt daran, dass wir eben, wie da auch geschrieben wird, nicht Buchstabe für Buchstabe lesen, sondern das Wort als Ganzes erkennen. Das heißt, wir erkennen etwas relativ Grobes, wir erkennen so eine Hülle eines Wortes und dann haben wir eine Hypothese über das Wort. Und tatsächlich wurde das schon in den 70er Jahren untersucht und man hat dann weitere Untersuchungen gemacht und da unter anderem dann festgestellt, dass es auf den Verdrehungsgrad ankommt, wie langsam das Lesen dadurch eigentlich ist. Denn das Lesen ist tatsächlich etwas langsamer, wenn die Buchstaben so verdreht sind. Ja, jetzt habe ich gesagt, man erkennt so eine Hülle und hat dann eine Hypothese. Und diese Hypothese, die stimmt meistens. Das heißt, wenn man ein geübter Leser ist, dann ist man gut darin, anhand schneller Blicke, anhand einer schnellen Erkennung einer Worthülle, also eines Gesamtbildes eines Wortes, wenn man das mal so sagen möchte, das Wort zu erkennen. Lesen. Das macht das Lesen sehr schnell. Wenn wir Buchstabe für Buchstabe lesen müssten, dann hätten wir eine sogenannte Dyslexie. Das heißt, wir wären eigentlich des Lesens nicht fähig. Dann würde das sehr lange dauern, wie Leseanfänger wäre das. Hier ist das Lustige, dass eigentlich jede Hypothese falsch ist. Das heißt, unsere Hypothesen geben uns ja was vor, was dort angeblich stünde, was da eigentlich gar nicht steht. Also von den Buchstaben in der Reihenfolge gar nicht steht. Trotzdem kommen wir damit dann gut zurecht, weil natürlich wir hier uns darauf einlassen, dass diese Hypothesen falsch sind. Es wäre sehr schwer, wenn wir diesen Text so lesen wollten, wie er da stünde. Dann brauchten wir sehr lange. Also geht es beim Lesen auch um Hypothesenbildung. Und diese Hypothesenbildung, dass wir so schnell lesen können, dass wir die Worthüllen erkennen können, schnell drüber gehen können, ja das ist etwas, das müssen wir natürlich in der Gestaltung bedenken und müssen darauf achten, dass wir das hinkriegen, dass das relativ gut geht und dass wir die Leute dabei nicht behindern. Und das behalten wir mal im Hinterkopf für die folgenden Diskussionen. Es geht also jetzt um die Typografie. Typografie ist auch mal wieder griechisch und heißt einmal von Typos und Graphäin, also mit Buchstaben schreiben, wenn man möchte. Und das ist natürlich auch eine logische Ausdrucksweise. Ich schreibe ja mit Buchstaben und am Bildschirm und im Druck heißt das üblicherweise, dass ich mit Lettern schreibe. Ihr seht da im Hintergrund in dem Bild, das sind solche typischen Druckerlettern, die jetzt hier mal sehr durcheinander in eine Schublade geworfen wurden. Das Bild sehen wir uns hinterher nochmal an, weil man daran durchaus auch so ein paar Sachen zeigen kann. Typografie kann ich natürlich auch in Richtung Handschrift und Handschrifterkennung und so betrachten. Das ist aber hier nicht unser Thema, sondern es geht um Druckbuchstaben, die nicht unbedingt gedruckt sein müssen, sondern natürlich in erster Linie bei uns am Bildschirm erscheinen können. Typografie ist eine alte Technik, denn klar, seitdem es den Buchdruck mit beweglichen Lettern gibt, gibt es die Notwendigkeit, dass man auch Typografie hat, dass man sich damit beschäftigt, wie macht man das denn gut, wie geht das technisch gut, aber auch wie erzeugt man denn eigentlich eine Schrift, die gut lesbar ist. Dass es das schon so lange gibt, hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, es gibt viel Informationen dazu und viele, sagen wir mal, schon bereits etablierte Techniken. Der Nachteil ist, der große Teil davon ist eigentlich nicht wirklich wissenschaftlich, sondern ist so, sagen wir mal, aus der Praxis geboren. Teilweise tatsächlich aus technischen Notwendigkeiten entstanden und teilweise einfach, weil bestimmte Leute bestimmte Dinge schön fanden. Also ein gewisser Ästhetik-Sinn ist da drin, der teilweise begründbar ist, aber nicht unbedingt, sagen wir mal, wissenschaftlich den höchsten Ansprüchen genügen würde. Ein Problem ist auch dabei, dass es gewisse, sagen wir mal, Denkschulen, Ansichtsformen gibt. Es hat teilweise, naja, fast religiöse Züge, was man eigentlich machen darf und was man nicht machen darf. Und deswegen findet man zum Beispiel, wie man da unten in der Ecke sieht, im Netz, solche Websites, die sich mit Typografie beschäftigen und das auch oft sehr gut tun. Aber, ja, da sind oft Meinungsäußerungen drin, da sind, naja, sagen wir mal, Debatten drin, die nicht unbedingt wahnsinnig zielführend sind, sondern häufig eher Ansichten sind, die Leute dort vertreten. Davon wollen wir uns ein bisschen fernhalten, aber natürlich nicht alle Erkenntnisse und alle aus der Praxis kommenden Erkenntnisse der letzten Jahrhunderte übers Bord werfen. Teilweise müssen wir das aber auch machen und können nicht einfach sagen, naja, wir machen es jetzt halt so, wie es immer gemacht wurde. Denn Gestaltung am Bildschirm ist anders als Gestaltung im gedruckten Text. Und da kommt zum Beispiel die Robustheit wieder ins Spiel, die ich euch ja schon zu Beginn erläutert habe, dass wir also nicht alles unter Kontrolle haben. Überlegen wir uns mal gerade, was ist denn der Unterschied zwischen Gestaltung am Bildschirm und Gestaltung im Druck? Also wir überlegen mal, Typografie in einer Nutzungsschnittstelle und das Setzen eines Zeitungsartikels oder Zeitschriftenartikels. Welche Unterschiede gibt es? Drückt mal kurz auf Pause und macht euch mal über diese Begreiche hier Gedanken. Also wie ist die Auflösung? Wie ist die Leuchtcharakteristik? Wie ist es mit Spiegelungen? Was hat es mit Textlängen auf sich? Gibt es da Unterschiede? Und wie ist der Grad der Gestaltbarkeit? Ja, Auflösung. Auflösung im Druck ist in der Regel sehr hoch. Zumindest in professionell gedruckten Werken und heutzutage auch auf allem, was wir mit unseren Laserdruckern oder Tintenstrahldruckern drucken können. Da ist die Auflösung sehr hoch. Am Bildschirm hingegen ist es eine Frage. Es gibt sehr viele Bildschirme mit im Vergleich zum Druck sehr niedrigen Auflösungen. Das ist sogar der Großteil aller Bildschirme. Und es war historisch natürlich auch lange Zeit so, dass, sagen wir mal, die Auflösung, die Dichte, also wie fein gestaltet, wie fein detailliert Buchstaben dargestellt werden am Bildschirm, sehr viel geringer ist als im Druck. Das ändert sich aber teilweise. Smartphones, moderne Tablets, aber auch viele moderne Laptops und Desktop-Geräte haben einen hochauflösenden Bildschirm und teilweise sogar so hochauflösend, dass die Detailliertheit eigentlich an den Druck heranreicht, wenn ihn nicht sogar übertrifft. Das heißt, wir müssen da beides irgendwie im Hinterkopf behalten, dass es beide Möglichkeiten gibt. Wir müssen aber immer auch davon ausgehen, dass es relativ niedrig auflösende Bildschirme gibt. Leuchtcharakteristik. Was ist damit eigentlich gemeint? Ja, der Unterschied ist vor allen Dingen, wenn ich einen Text habe und schreibe einen Text auf Papier oder habe einen gedruckten Text auf Papier, dann ist das, was ich sehe, eine Reflektion des Papiers. Also ich sehe immer reflektiertes Licht. Das heißt, wenn es in der Umgebung dunkler wird, dann wird auch das Papier dunkler, weil es weniger angeleuchtet wird. Das hat zum Beispiel Auswirkungen darauf, wie ich mit Kontrasten umgehen kann. Bildschirme hingegen sind selbstleuchtend. Das bedeutet, wenn es dunkel ist, können Bildschirme gleißend hell sein. Und wenn es draußen sehr, sehr hell wird, kann es passieren, dass ich ein Bildschirm kaum noch erkennen kann, weil die Leuchtkraft des Bildschirms nicht stark genug ist. Das kann mit gedruckten Werken eigentlich so überhaupt nicht passieren. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Spiegelungen, ja, Bildschirme haben häufig spiegelnde Oberflächen. Früher war das bei den Röhrenmonitoren sowieso der Fall. Und dann bei den, naja, bei den LCD-Displays, LC-Displays müsste man eigentlich sagen, und was wir sonst alles an Flachbildschirme-Technologien haben, gibt es Möglichkeiten, nicht spiegelnde Displays zu erzeugen. Das ist eigentlich auch gerade so für Arbeitssituationen und im Büro empfehlenswert. Aber die Technik hat sich dahin entwickelt, dass wir heute eher wieder spiegelnde Displays haben, die dann wiederum Entspiegelungsbeschichtungen oben drüber haben. Also man muss beim Bildschirm damit rechnen, dass es Spiegelungen gibt. Kennt das vielleicht aus einer Vorlesung. Wie ist das mal selbst in der Vorlesung passiert? Als ich da gesessen habe, habe da in meinen Monitor geguckt und dann wurde der Bildschirm schwarz, ich weiß gar nicht mehr warum. Und dann sah ich auf jeden Fall die Spiegelung des hinter mir sitzenden Studenten, der ganz interessiert mir zuguckte, was ich mache. Fand ich einigermaßen unterhaltsam. Es war zum Glück nichts Peinliches, was ich gemacht habe. Und für den Studenten war es auch etwas erschreckend, dass er sich auf einmal dort sah. Aber Bildschirme spiegeln halt. Druckerzeugnisse spiegeln in der Regel nicht. Es gibt zwar tatsächlich diese Hochglanzdrucke, aber sagen wir mal, normale Texte sind ja auf eher mattem Papier gedruckt. Also mit Spiegelungen haben wir eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Textlängen unterscheiden sich im ganz großen Stile. Gedruckter Text, Zeitschriftenartikel war ja hier das Beispiel, hat lange Fließtexte, wo man sich über bestimmte Eigenschaften Gedanken machen muss. Und im User Interface können die zwar auch vorkommen, aber im User Interface haben wir vor allen Dingen viele kurze Texte. Wir haben Button-Beschriftungen, wir haben Feldbeschriftungen. Alles Mögliche an kurzen Texten liegt uns im User Interface vor. Und da müssen wir vielleicht auf andere Dinge achten. Ja und das Problem der Gestaltbarkeit, also die Robustheit, die dahinter steckt. Wenn ich gestalte für einen Zeitschriftenartikel, dann kann ich als Designer mir alle Informationen zusammenholen. Alle Bilder, alle Texte, alle Überschriften. Und ich kann genau so gestalten und genau das, was ich gestaltet habe, erscheint im Druck. Im User Interface ist das problematisch, denn vieles von dem, was am Bildschirm zu sehen sein wird, kann nicht von uns so konkret gestaltet werden. Also nicht bis dahin, welcher Buchstabe an welcher Stelle erscheint. Das wird nicht gehen. Manchmal ja, aber in vielen Fällen nicht. Denn zum Beispiel eine Fehlermeldung, die sagt, die Datei Ergonomie ist toll.pdf konnte nicht gedruckt werden oder so. Naja, dieses Ergonomie ist toll.pdf, das kann derjenige, der gestaltet hat, ja nicht gewusst haben, was da mal stehen wird. Und dadurch ändern sich Dinge, dadurch ändern sich Umbrüche und all solche Dinge. Das heißt, wir müssen Robustheit an den Tag legen. Wir müssen uns bei der Gestaltung vielleicht manchmal ein bisschen zurücknehmen. Dafür sehen wir im Laufe der nächsten Videos viele, viele Beispiele. Also hier ist es die Robustheit, die dahinter steckt. Ich habe euch schon gesagt, dass Lesen etwas mit Hypothesenbildung zu tun hat und habe euch diesen Text gezeigt. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und uns mal angucken, wie wir denn eigentlich lesen, also eine Untersuchung mal angucken, wie funktioniert das denn, dann sehen wir das auch wieder. Man kann ja dieses Lesen, dieses Nacheinanderlesen, also wie man die Zeilen geht, heutzutage relativ gut messen. Es gibt Eye-Tracker, das ist also eine Technik, die unten unter dem Bildschirm üblicherweise angebracht ist, die quasi das Auge misst und dann, wenn man das richtig kalibriert, feststellen kann, wo derjenige auf dem Bildschirm hingeguckt hat. Und das hat man natürlich gemacht und da kommt zum Beispiel sowas beraus. Das ist hier die Art, wie ein Viertklässler liest. Also kein ganz erfahrener Leser, aber auch kein, naja, totaler Leseanfänger. Also sowas dazwischen. Und man guckt hier, wie liest er denn? Und da kann man einiges feststellen zum Beispiel, dass er manchmal nicht an den Anfang der Zeilen zurückspringt, sondern etwas zu weit nach innen. Das sieht man zum Beispiel in der Zeile mit dem Zerfällt. Da hat er nicht den Anfang gefunden. Oder auch in der letzten Zeile, wo Zellen steht. Was aber vor allen Dingen auch interessant ist, ist, dass manche Worte offensichtlich schwieriger sind, manche Konstruktionen schwieriger sind. Man sieht immer in Rot die Punkte, das sind die Fixationen. Das ist also da, wo derjenige längere Zeit hingeguckt hat, im Vergleich längere Zeit. Und dann gibt es diese Striche dazwischen. Das sind die sogenannten Sarkaden. Das sind die schnellen Augenbewegungen. Das habe ich schon mal bei der Architektur der Wahrnehmung erläutert, diesen Unterschied. Ja, und jetzt liest er. Und manchmal gibt es diese Sarkaden in Vorwärtsrichtung. Das ist üblich. Das machen alle beim Lesen, dass man vorwärts durch die Zeile guckt. Aber manchmal gibt es auch Sarkaden in die andere Richtung, die wieder zurückgehen. Das nennt man eine Regression. Das ist eine Stelle, an der man nochmal lesen muss. Und wenn ihr mal guckt, was sieht man da jetzt? Das funktioniert eigentlich relativ gut. Und es gibt auch nicht sehr viele von diesen Regressionen. Aber in der dritten Zeile zum Beispiel das Wort Korkgewebe, also ein nicht sehr übliches Wort, da hat dieser Leser Schwierigkeiten mitgehabt und musste das in etlichen Zügen lesen. Das heißt, ein paar Mal zurückgesprungen und hat es dann auch sehr kleinteilig gelesen. Das heißt, er ist dann fast Buchstabe für Buchstabe da durchgegangen. Das heißt, die Hypothesenbildung bei ihm hat nicht funktioniert. Er hatte keine Hypothese dafür. Oder vielleicht hatte er eine und hat erst etwas Falsches gelesen und dann springt man automatisch wieder zurück. Viele dieser Prozesse finden unterbewusst statt oder unbewusst statt. Das heißt, man liest ja nicht und sagt, oh, das ist aber ein schwieriges Wort, jetzt muss ich aber das nochmal genau lesen. Manchmal macht man das vielleicht, aber in vielen Fällen machen wir das unterbewusst. Das ist so eine Sache, wie Atmen üblicherweise unterbewusst stattfindet, man aber durchaus auch bewusst atmen kann und so macht. Aber normalerweise denkt man nicht darüber nach. Und so ist es beim Lesen auch. Lesen ist also überfliegen. Im Normalfall wird nicht Buchstabe für Buchstabe gelesen, wie ich euch erläutert habe. Man hat relativ wenige Fixationen, an denen man das Wort als Hülle wahrnimmt. Also ein Wortbild kann man auch sagen, wahrnimmt. Das nimmt den großen Teil der Lesezeit an. Zu diesem Zeitpunkt wird auch nachgedacht. Und dazwischen gibt es die Sakkanen und die Regressionen, in denen man sowohl vorwärts als auch rückwärts durch den Text springt. Wie gut diese Hypothesenbildung funktioniert, hängt stark davon ab, wie der Text gestaltet ist. Also zum einen mal, was da eigentlich steht. Also ob das jetzt sehr komplizierte Worte sind. Aber da haben wir jetzt an dieser Stelle relativ wenig Einfluss, denn wir reden ja nicht über die Worte, über die zu wählenden Texte. Darüber sprechen wir später in der Vorlesung mal. Allerdings auch, naja, beschränkt. Nämlich darauf, dass wir bestimmte Konstruktionen nicht benutzen sollten und bestimmte Arten von Fachbegriffen zum Beispiel vielleicht nicht benutzen sollten, die die Leute nicht kennen. Darüber reden wir später, wenn es mal um Konventionen geht. Aber es hängt vor allen Dingen auch damit zusammen, wie die Schrift eigentlich gestaltet ist, wie ich den Text gestalte, wie die typografische Gestaltung ist. Und darum soll es dann jetzt in den folgenden Videos weitergehen, denn da spielen viele Dinge eine Rolle. Die Schriftart, der Zeilenabstand, wie hell und wie dunkel die Dinge sind, aber auch, wie lang die Zeilen sind oder ob ich einen gemeinsamen Zeilenanfang auf der linken Seite habe oder ob das da so flattert. Das spielt alles eine wichtige Rolle beim Lesen und das erfahrt ihr ab dem kommenden Video.